hallo baustellen fans heute sind wir hier mal wieder seht ihr die da seht ihr die da das ist das ist er da muss er hoch und vielleicht haben wir glück vielleicht haben wir glück sei zu mir heute sowas von der natur von hingeküsst oder popo dass die heute noch da rein getötet wird da sind jetzt gerade hier als an fertig machen und mehr lichter und nicht rum und dann können sie diese wunderschöne schiene da oben rein machen ja dann weil ich denke auch dass der kran nicht mal daheim muss der konfronten seite erst jedoch da die letzte stück davon getötet und dann ja ich bin noch ein bisschen hier und drückt mir daumen dass ich heute dieses wunderschöne natur schauspiel dieses monumentale ereignis also wer das hat die schien herum einsetzen film kann ja jetzt nicht die immer noch hier die sollen auch da oben jetzt habe ich die ganze zeit gewandert und haben wir sagen macht die invasion du sollst doch da hoch menschen wo die montag wieder kommen ganze urlaub für den arsch denn das ist aber große schienchen also ja dieses wunderschöne schienchen kommt dahin aber nicht heute naja wie gesagt da haben sie dann noch schön die schriege weiter gemacht schön verkorken krokentierig geht jetzt und jetzt auch nach hause schön abend leider ohne den schien schluss tut mir leid dann diese woche bis dann tschüss eui lenny